So, da sind wir wieder für eine neue Folge Far Cry Primal auf meinem Kanal. Wir waren letztens stehen geblieben beim Wolf 10. Und wir wollten dennoch noch rüber laufen. Rüber laufen, kommt mir jetzt der Wolf gefolgt. Ja, wunderbar. Er folgt einem auf Schritt und Tritt. Ähm, hatten wir noch Pfeil und Bogen? Hatten wir noch. Ähm, Keule hatten wir nicht. Können wir, aber... Ja, einmal reicht erstmal. Letzte Keule, wenn man nicht weiß. Was ist das denn? Kopfschuss im Dunkeln. Irgendwo ist hier noch einer, da. Wie war das mit dem Pfeifen? Befehle, wir haben uns töten. Halte, gedrückt. Und drücke G um die Bestie auf ihn. Ach, Quatsch. Voll die falsche Taste. So, und dann G. Zack. Bestien Kill. Alles klar. Relativ einfache Steuerung. Kein Problem. Drücke B, um das Bestienmenü zu öffnen und alle gezähmbaren Tiere einzusehen. In diesem Menü kannst du die Tiere, äh... Kannst du Tiere zu dir rufen oder einen derzeitigen Begleiter wegschicken. Okay. Einige Bestienmeisterfähigkeiten erlauben es dir, neue Bestien zu ziehen. Interessant. Gut. Schon mehr... Wow, wow, wow. Abgeschlossen. Halla, halla, halla. Okay, Entschuldigung. Neue Bevölkerung. Neue Leute schon. Wahnsinn. Neue Vignette-Spitialist. Na, das hatten wir ja schon mal. Mal untersuchen. Was hat der bei sich? Grünblatt. Zum Heilen. Das ist cool. So, da hinten sind noch ein paar Leutschens. Hm. Kopfschuss. Das ist einer von uns. Coole Sache. Los binden. Oha. Haha. Hat sich aber erschrocken. Oh, was ist denn hier los? Jetzt habe ich schon 10 Dorfbewohner. Ist das cool. Mal kurz auf die Karte gucken. Vielleicht mal erst mal wieder ins Dorf zurück. Achso, sollen wir ja sowieso. Hey, cool. Okay. Wir nehmen mal die Schnellreise. Dann dauert das hin und her gelaufen. Nicht so lange. Aber das ist nicht so langweilig. Guck mal hier. Da sind wir nämlich schon gleich hier in der Hütte. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Fleisch. 8 von 12. Oh, reicht auch erstmal aus. Breite Tasche. Knochen voll. Hartholz. Tierfett voll. Bienenschwarm haben wir noch nicht. Tontopf voll. Na gut, alles klar. Ähm. Was wollte ich denn jetzt hier machen? Dummdi 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 dumm. Hier haben wir einen Dorfbewohner. Er macht Musik Ich darf nicht in die Haus Hier hat noch einer Mann ist das cool Ja Genau Hütten bauen Okay Hüttenbau Dorf Takas Höhle ist noch gesperrt Schilf und Hirschhaut Zweimal jeweils Okay Gehen wir mal gucken Warum habe ich denn gar nichts in der Hand? Ich will irgendwas in der Hand haben Hä? Was ist denn nur los? Achso in meinem Dorf kann ich keine Waffe ziehen oder was? Das finde ich hier kein Schilf Schilf wächst doch eigentlich immer am Wasser Hm Oder gehen wir erstmal Tensei besuchen Gucken wir mal was der so zusammen hat Tensei Tensei Was fehlt denn? Tensei Tensei Ah Okay Der braucht noch zweimal Schilf Also Schilf muss ich auf jeden Fall erstmal sammeln Jetzt ey Schilf 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 Wächst ja am Wasser Ich habe es ja auch schon mal gesehen Wie es aussieht Ach jetzt habe ich wieder Bogen Pfeil und Bogen Super Wo ist mein Wolf? Da ist mein Wolf Wolf Pfeil Hm Da vorne ist ein bisschen grüner Oh Schwimm Was hier? Ziegel Hier ist Schilf Nummer 1 Zack Nummer 2 Da hinten steht noch mehr Schilf Ziegel So Nochmal Schilf Einmal noch Kann ja Wolf auch schwimmen Oh 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 Hier ist noch einmal Schilf Heute ein bisschen trockenen Hals Ich weiß auch nicht warum So jetzt können wir erstmal zurück Hier ist ein Hirsch Ist das ein Hirsch? Ne Ist das ein Hirsch? Das ist ein Hirsch Okay Schön die Oeule gesehen Ich werde mich aber ranschlechen Ah, das ist bloß ne blöde Ziege. Huh? Ah, das ist bloß ne Ziege gewesen. Oh Scheiß. Auf der Karte gucken nur hier. Da sind Hirsche. Nicht weit entfernt. In die Richtung. Ich renne hier so querbeet ein. Feiere ich doch bestimmt den ein oder anderen Hirsch. Schleichen. Shhhhhh. Flocki. Shhhhhh. Flocki. Ich nenn ihn Flocki. Da oder? Das ist Hirsch. Da ist wieder so ein blödes Vieh. Wieder was Ziegen. Ne, das ist ein Hirsch. Einmal hab ich's getroffen ey. Wo ist denn das jetzt hin? Hier hoch. Und dann. Ah, hier liegt er ja schon. Drei mal Fleisch und Hirschhaut. Tasche voll. Da hinten. Na oder? Hier was Ziegen. Ne. Doch Ziegen. Hmmmm. Entfernen mich schon wieder. Na ja zurück. Hier rumdrehen. Ziege. 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 Ja, Ziegen gibt's hier an Groh ey. Aber wenn man mal was Bestimmtes sucht. Ja, Ziegen. Ach, ist denn schlimm. Mal Karte gucken. Rechts weiter. Hier ist noch ein Schilf. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Hirsch war. Ob ich das richtig gesehen habe. Ja. Wo ist er? Hä? Ist er doof oder was? Na goh, jetzt müssen wir aber nur langsam mal haben. Jetzt muss er noch mal jemand anderes kämpfen. Hau ab du viele. Uhala. Fleisch. Hirschhaut. B. B. Beste Menü. Ja, Beste. Ja, sieht gut aus. Huch. Sorry. Äh. Jetzt muss ich mich mal kurz neu orientieren. Soll ich hier wieder zurückgehen? Komm mit mein Guter. 300 Fuß. Diese Landschaft, diese Bäume. Hint echt nice aus. Schick, 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 schick. Das haben wir schon entdeckt. Ah, guck mal hier. Ziegen. Haha. Ist schon am Baum hängen geblieben. Oh, scheiße. Jetzt komm ich ja gar nicht hoch, oder? Warte doch. Warte doch. Warte doch. Warte doch. Warte doch. Warte ich hier hoch. Hä? Was ist denn nun los? Das ist nicht los. Ach, hier. Ha. Geil. Ah nicht hier sehen. Warten wir erstmal hier. Tensei's. Geistliche Städtebohnen. Guck mal, kuck mal hier. Zack. Wollen wir mal gucken. Hat er da jetzt? Warte doch, warte doch. Warte doch, warte doch. Warte doch, warte doch. Warte doch, warte doch, warte doch. Warte doch. Warte doch, warte doch! hat er so eine richtige Hütte hat halt Tensei's Hütte Mission für Tensei den Schamanen 1500 XP zwei neue Dorfbewohner krass das braucht als nächstes seltenes Löwenfeld Bevölkerung 40 Schiefer 15 Alderhold Naja für später erstmal so jetzt werden wir mal zu wie hieß er denn gleich ich war schon wieder so lange nicht zuhause bei meinem Frau ich ihn hier ich hab grad ihren Namen vergessen so verbessern Erfolg freigeschaltet Heimwerker coole Sache ist das nicht cool nochmal zwei neue Dorfbewohner geile Sache was ist hier meine Höhle was brauchen wir für meine Höhle einmal Schiefer nur Schiefer finden wir da leichter sie macht da was macht sie da la 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 Aua ich brenne okay Schiefer 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 ja 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 Zähler, äh, ist sie in der Hülle? Hä, für kacke ihren. Hä, wo ist dein Zähler hin? Äh, ich bin da jetzt in der Hülle. Die ist ja auch in der Hülle, oder? Äh, wie komme ich hier raus? Äh, ich bin da jetzt in der Hülle. Zähler? Zähler? Ach, hier oben in der Hülle. Guck dir denn. Zähler, ist er ja nicht da. Ach, da unten. Hallöchen, Zähler. Ach, dir geht's wieder gut. Äh, ist aber schön. Kannst du mal sehen, was ich gerade so für dich tue. Ja, die Udam hatten schon ne geile Quelle, wa? Sie wird ein bisschen mehr wehtun. Hohohohoho. Und die ganzen Ohren, die sie da in der Kette hat. Hm, nyum, 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 nyum. Jetzt, du zerschmettern sie mit ihrer Waffe. Beste Meister. Ich geb mir Mühe. Dumm di dumm di dumm di dumm. Der nächste Tag. Was, das war jetzt alles nur ein Tag? Minjador. So, trotzdem wollte ich eigentlich meine Hütte hier erweitern. Und ich bin kein Schiefer, stell mir. Kollen sind schnelle Waffen, die mit einem Schwung mehrere Ziele treffen können. Speere sind langsam, aber schlagkräftig und treffen Ziele direkt vor dir. Sie sind effektiver, wenn sie geworfen werden. Für schwereren Angriff linke Maustaste gedrückt halten und dann loslassen. Betäubt Gegner und richtet großen Schaden an brennende Waffen, hältst du stattdessen direkt vor dir. Okidoki. Nächste Sequenz. Was ist los? Ein Vengerjäger hat Udrom in der Nähe gesehen. Sie kommen angreifen. Aber die Venger sind bereit. Da sind sie! Boah, ist ja hässlich. Boah, ist ja hässlich. Tja. Viele Udrom. Wir sind viele. Taka und seine Bestie kämpfen mit uns. Ok, dann werde ich wohl, äh, nicht meine Hütte erweitern, sondern, äh, Angriff der Udrom spielen. Was ist denn da? Vorderes Tor wird angegriffen. Da. Da. Und da. Meine Beste erlebt noch. Sehr schön. aber schwer verletzt das war knapp die Höhlentor wird angegriffen da kommt noch einer Feuer stellen wir müssen rüber wenn man die Wege denn besser kennt da sind sie da da sind unsere oh shit daneben da kommt noch mehr da kommt noch mehr wo ist er? da ist er da haben wir sehr schön wow von hinten schon wieder ja jetzt kommen die Nächsten 3 zum Pfeilen das war das war das war der der dass du das war der Wir sind noch in der Nähe. Geht doch gar nicht. Ich muss den Knochen machen. Das ist ein Avenger. Jo. So, komm. Komm, Floki. Wir gehen auf die Erde. Oh, 683 Meter. Ich hab so das Gefühl, das wird wieder eine etwas längere Folge. Je nachdem wie viel jetzt hier noch passiert. Ziegen hauen erstmal ab. Was haben wir hier? Noch mehr Ziegen. Überall Ziegen. 500 Meter. Geht mal hier. Höch. Toll. Was ist das denn? Hartholz zweimal. Cool. Da. Ne. Uh. Ah. Ui. Ne, wieder hoch. Schreit rein. Ne. Noch mehr Gegner. Floki. Floki. Oha. 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 Ja. Oha. Komm je je. Oha. 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 Oh je Wie war Bestie rufen nochmal? Ah, ich hab's vergessen Bestie in Kill Oh, oh schön Sehr gut Geh mal weg Wollen wir schon mal einen Wildfeil haben? Ich will was den Pfeil haben eigentlich Da oben lautet auch was, da kommt was runtergerannt Okay Ach du Scheiße Ah 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 Wir sind Spätkölle Ah Gut Wie jetzt weg oder was? Ah Ah Da muss ich ja auf jeden Fall nochmal nachgucken wie man den so ranpfeifen kann Was ist das hier? Lagerfeier Ah Wolltest du gar nicht Wollt mal ein Feier anziehen Ich hoffe dass der bis dahin Anbleibt Anbleibt Kann man nämlich schön Kleines Feuerchen legen Schleichen Steine werfen Jetzt hier in die Hocke Bla Keks Anschleichen Sterben Töten 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 Wollt sie denn ja da Das muss ich ja kriegen Wollt Der Beste ist tot alter Wo ist er denn da? Wo ist er denn da? Oh, scheiße! Alter, wo ist er denn? Ah, alles klar. Wo war das Gepfeil drin? Oh, scheiße! Ah, alles klar. Oh, scheiße! Na, vielleicht haben wir hier ja echt ein Grover. Knochenbäume zerstören. Hier ist erinnern. Bam! Meins! Oh, aua, 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 aua! Was? Kopfschieß. Bisschenke. 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 Bisschenke kaput gemacht. Obendrauf da ist. Oh, hier, klettern. Daaaa. Oh, zack. Also, zweimal gegenwollen. Weg die Scheiße. Oh, da kommen noch mehr. Und sie denn? Oh, wir wollten gerade auf den Schädel klopfen. Ah, Floki ist auch da. Sehr schön. Zehn Letzten. Komm doch mal, Wäsche. Was denke? Was geht denn hier? Hat er gar nicht aufgezeichnet. Ja, Angriff der Udam abgeschlossen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge gleich. Moment. Guck mal, gibt's jetzt noch eine Sequenz? Ja. Eieieieieiei. Ganz schön. Machen wir nun. Oh, sei nicht traurig. Ach, sie sammelt die Ohren. Hm. Wo soll ich das? No. Versprochen. Oha. Oha. Jetzt geht's richtig ab. Die vermissten Venja. Kartenmenü, Venja suchen, durchsuche Oros und bringe diese begabten Venja in dein Dorf zurück. Klingt nach einer großen Aufgabe. Aber zu viel für diese Folge. Deswegen bin ich dann in der nächsten Folge wieder da für euch. Hier ist erstmal Schluss. Ich hoffe euch hat es gefallen. Kleine Gemetzel hier im Dorf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Viel Spaß und Tschüssi.